Moin ihr Lieben! Ich habe vor kurzem online ein sehr interessantes Lautsprechersystem entdeckt, welches ich mir unbedingt anhören wollte. Habe ich jetzt auch gerade eben gemacht. Dafür bin ich extra von Hamburg nach Augsburg gereist und ich kann schon mal vorwegnehmen, es klingt wirklich beeindruckend. Und es klingt nicht nur beeindruckend, es ist auch technisch ausgeklügelt. Es handelt sich um die Depot-Lautsprecher Melody von Merowinger. Merowinger kennt der ein oder andere von euch bestimmt aus dem Subwoofer-Bereich. Ja und jetzt bekommt ihr von mir noch ein paar schöne Nahaufnahmen und anschließend interviewe ich den Händler, der sie in Deutschland exklusiv führt. Viel Spaß mit dem Video! Bis zum nächsten Mal! Markus, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Gerne! Du, fürs Publikum einmal ganz kurz, einfach wie wir uns kennengelernt haben, das würde ich einmal ganz schnell erwähnen. Und zwar ist es so, dass ich Markus, YouTube-Kollege, schon seit längerem folge und beobachte, was du machst. Und auf der High-End in München hatte ich das Privileg, dass ich eine Podiumsdiskussion halten durfte über das Thema, die Zukunft von HiFi und da bist du mir direkt in den Sinn gekommen. Da ich halt die Möglichkeit hatte, Leute einzuladen, dann habe ich dich angerufen, du hast direkt zugesagt. Und so haben wir uns auf der High-End persönlich kennengelernt und auch diese Diskussion gehalten. Ich bin natürlich auch Abonnent von dem Kanal, logisch. Herzlichen Dank! So, und dann kam eins zum anderen, dann habe ich natürlich weiterverfolgt, was du machst, habe dann auf der Website von dir noch gesehen, dass du neue Lautsprecher hast. Die sind mir natürlich direkt ins Auge gesprungen und habe dich direkt gefragt, ob ich die mal hören kann, weil das scheint ein sehr ausgeklügeltes System zu sein. Ich habe es mir auch durchgelesen. Ich finde, du hast es so interessant beschrieben, so einladend beschrieben, dass man sich das unbedingt anhören möchte. Kann ich euch auch nur empfehlen. Also, ja, jetzt, das sind Schmeicheleien jetzt, aber das meine ich auch tatsächlich so. Ich schreibe das mal, ich setze den Link unten in die Videobeschreibung. Lest euch das einfach auch mal durch über die Lautsprecher. Aber jetzt geht es auch um die Lautsprecher und ich möchte, dass du mir persönlich ein bisschen darüber erzählst. Aber bevor du das System erklärst, vielleicht einmal zu Merowinger. Ich kenne sie eigentlich nur aus der Subwoofer-Schiene und es ist eine Manufaktur aus München. Kannst du mir ein bisschen was über die erzählen? Merowinger ist tatsächlich, wenn man so will, groß geworden mit Subwoofer-Entwicklung. Wir haben insbesondere eine eigene Sensorregelung, um elektronisch die Chassis zu optimieren und damit auch lineare Frequenzgänge in sehr kompakten Gehäusen zu ermöglichen. Die bauen da Customized-Produkte, aber eben auch, ich sage mal in Anführungszeichen, von der Stange, wenn man das bei einer Manufaktur überhaupt sagen kann. Und die haben aber auch schon immer wieder schöne Lautsprecher entwickelt. Aber das ging tatsächlich ein bisschen in der Öffentlichkeit unter. Und ja, eine neue Entwicklung war jetzt eben dieser Depot-Lautsprecher, an dem ich auch die Ehre hatte, etwas mitzuwirken, weil die ganze Testphase hier bei mir im Hörraum stattfand, weil ich einfach den passenden Raum für diese Größe von Lautsprechern habe. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass Merowinger jetzt bei anderen Leuten auch ein bisschen mehr in den Fokus rückt, auch als klassischer Lautsprecherhersteller, natürlich mit dem Fokus Aktiv-Lautsprecher, aber eben auch, wie wir dann vielleicht noch hören werden, auch was passive Varianten angeht. Wenn du sagst, du durftest beim Entwicklungsprozess mitwirken, über was für einen Zeitraum sprechen wir da? Wie lange hat das jetzt gedauert? Deutlich über ein Jahr. Deutlich über ein Jahr. Und du bist jetzt quasi an den Start gegangen? Die Lautsprecher stehen jetzt fertig hier seit zwei Monaten, ja so ungefähr. Bin ich einer der wenigen, die Sie jetzt gehört haben? Ja, also letztendlich haben wir ja auch dann so eine Anfangsphase, wo man selber nochmal testet, hört, probiert und so weiter. Und du bist jetzt einer der Ersten oder eigentlich der Erste, der darüber berichtet, ja. Danke. Ja, ich habe ja auch schon reingehört. Zum Klangfazit kommen wir nochmal später. Aber vielleicht grundsätzlich erstmal zum Konzept und zum Aufbau des Lautsprechers. Kannst du mir dazu was sagen? Gut, aktiv hast du jetzt schon gesagt. Also die Variante, die ich hier habe, ist aktiv. Also ich selber betreibe die zusammen mit einer Trin-off-Altitude, nutze da auch die aktive Weiche in dem Gerät, um die Hochtöner von den Tief-Mitteltönern zu trennen. Es wird aber auch von diesem Lautsprecher in Zukunft eine rein passive Variante mit einer passiven Weiche in einem externen Gehäuse geben. Der ganze Lautsprecher ist ein Dipol. Das ist das, was ich auch für mich so als das Ideal eines Lautsprechers auserkoren habe. Es gibt ja, wie gesagt, unterschiedliche Geschmäcker, unterschiedliche Fazits, wenn man schon sehr viel gehört hat. Das ist für mich so das anspringendste, impulsivste, auch am wenigsten verfärbendste, weil eben das Gehäuse als Faktor das geschlossene oder eben mit Bassreflex ausgestattete komplett fehlt. Ansonsten ist er relativ ungewöhnlich visuell schon allein, weil die Breitbänder, die dort verwendet werden als Tief-Mitteltöner, nicht in einem klassischen Array, einfach stur von oben nach unten angeordnet sind, sondern leicht gebogen. Und das fand ich auch ganz interessant. Das hat nämlich auch einen technischen, wenn man so will, Hintergrund, weil es so gewährleistet ist, dass wirklich der Schall eines jeden einzelnen Treibers zeitgleich am Ohr eintrifft. Und das ist letztendlich auch ein System, was auf Impulsrichtigkeit getrimmt ist. Und das ist was, wo ich so in meiner HiFi-Philosophie auch sehr viel Wert lege. Kurzer Einwand, habe ich auch auf deiner Seite gelesen, aber macht schon Sinn. Wir sind unterschiedlich groß, es gibt unterschiedlich hohe Stühle. Wie berechnet ihr das mit der Ohrhöhe? Also im Prinzip ist der Ständer die Variable bei der ganzen Geschichte. Der ist hier jetzt ja, wie man sieht, relativ niedrig. Und da sind also noch ein paar Zentimeter drin, falls jetzt jemand höher sitzt, groß niedriger als auf so einer Couch. Selbst wenn es möglich ist, dann sind auch noch ein paar Zentimeter weniger drin. Aber so wird letztendlich gewährleistet, dass der Treiber, der auf Ohrhöhe sein soll und an dem sich die weiteren Ausrichtungen dann orientieren, dass der perfekt letztendlich montiert ist. Ja, das ist schon sehr interessant. Also so ziemlich an alles gedacht, würde ich sagen. Also ich kenne nichts Vergleichbares und ich finde auch das Design ansprechend, bei dem ich eben auch so ein bisschen meine Idealvorstellung einbringen durfte. Meine ehemaligen Lautsprecher haben ja nicht so unähnlich ausgeschehen, sage ich mal. Aber ich finde die visuelle Note, die allein diese Breitbandanordnung mit sich bringt, schon für mich sehr gelungen. Muss ich auch sagen. Ich habe die ja vorher nur online auf der Website gesehen. Sah auch schon ansprechend aus und da muss ich jetzt mal ein Kompliment an dich mit den Lautsprechern, aber auch mit dem Raum aussprechen, denn es sieht auf den Bildern alles schon toll aus, aber kein Vergleich zu live. Also nochmal deutlich besser. Ich bin einfach kein perfekter Fotograf, wie ich merke. Die Fotos, die sind schon okay. Also da will ich jetzt nichts gegen sagen. Aber ich habe trotzdem nicht erwartet, dass es so gut hier drin aussieht. Fantastisch. Ist doch schön. Auch die raumakustischen Maßnahmen super toll platziert und die Lautsprecher wirken in live nochmal viel, viel schöner, als sie auf den Fotos sind. Und da sind sie ja schon ansprechend, sonst wäre ich ja nicht darauf gekommen. Fantastisch. Okay, und die Breitbandtreiber sind von? Die sind von Tangband aus Taiwan. Ist ja einer der führenden Breitbandhersteller. Und kombiniert ist dann ein Hochtöner, ein AMT, ein Dipol-AMT von Mundorf. Okay. Wie auch die ganze Innenverkabelung, Lautsprecher-Terminals, alles von Mundorf sind. Finde ich gut. Also sehr gute Bauteile, die da verbaut sind. Ganz toll. Kannst du uns noch ein bisschen über die Aufstellung berichten? Also wie würdest du sie aufstellen und vielleicht in dem Zuge auch, welche Elektronik dahinter steckt? Okay. Es sind Dipol-Lautsprecher. Das heißt, denen tut Wandabstand ganz gut. Ich würde mal sagen, ab 90 Zentimeter von der Rückseite der Lautsprecher zur Rückwand funktioniert das ganz gut. Es schadet auch nicht, wenn an der Rückwand Diffusion stattfindet. Das ist also auch ganz gut. Ansonsten, das Dipol-Prinzip bringt mit sich, dass wir irgendwann in tieferen Frequenzbereichen einen akustischen Kurzschluss haben. Und die Lautsprecher spielen wie andere Dipole auch so ungefähr bis 40 Hertz. Und wer darunter noch die letzte Oktave mit vollem Schalldruck will, der sollte Subwoofer verwenden. Das empfehle ich natürlich grundsätzlich, weil ich ein Fan davon bin und natürlich auch mein Setup mit Trinov hier dazu einlädt, weil man den gesamten tieffrequenten Bereich, ich sag mal ab 80 oder 60 Hertz, je nachdem wie es beliebt, einfach noch souveräner und lässiger gestalten kann. Wenn die Breitbänder dann von den tiefen Lasten und den starken Hüben befreit sind. Und das bringt mich dann zum Thema, wie ich sie betreibe. Ich habe ja schon gesagt, mit einer aktiven Weiche trenne ich den Hochtöner von den Breitbändern. Und das ganze Bassmanagement läuft dann auch über die Trinov. Und das Ganze ist dann auch eingebettet in ein Heimkino-Setup mit einem insgesamt dann 7.4.4 System, wo man aber auch, habe ich dir ja auch vorgeführt, über Auro 3D Abmix hervorragend Stereomusik genießen kann. Abnormal gut, das hat mir richtig gefallen. Du hast eben noch angesprochen, also an der Rückwand, also hinter dem Lautsprecher, hast du Diffusoren, empfiehlst du auch, oder ja, empfiehlst du durchaus. Und du hast es explizit angesprochen, was ist mit Absorption, würdest du das dann eher nicht machen, hinter dem Lautsprecher? Das kommt jetzt tatsächlich so ein bisschen auf den Raum an. Und auch auf die Entfernung vom Lautsprecher zur Rückwand, das muss man dann sehen. Also es ist nicht zwingend Absorption an der Rückwand erforderlich. Wenn zu viel absorbiert wird, nimmt sogar ein bisschen die Offenheit des Dipuls, wird er ein Stück weit weg. Also das muss man dann im Rahmen einer akustischen Beratung, sage ich mal, klären, wenn man den Raum kennt. Und wenn man an anderer Stelle im Raum, zum Beispiel an der Decke, schon eher breitbandig den Nachhall reduziert hat und was für die Absorption getan hat, dann braucht man das an der Rückwand nicht zwingend. Auch die Diffusoren sind nicht zwingend. Wenn ich jetzt eine normale Wand habe, ist das auch schon okay. Das ist natürlich dein Vorteil. Du brauchst da nicht jemanden anhauen für die Akustik. Das ist genau dein Bereich auch. Da kennst du dich einfach aus. Ja, ich sehe das Ganze ja sehr ganzheitlich. Finde immer Lautsprecher, Rauminteraktion ist das A und O. Und sowohl passive Maßnahmen im Raum als auch dann aktive, wie ich sie mache mit Trinov, ist für mich der Königsweg, weil es eben dann viele Stärken zusammenführt. Sehr, sehr spannend. Gehen wir nochmal ein Stückchen zurück zum Entwicklungsprozess. Da hast du auch gesagt, dass du am Design mitgearbeitet hast. Außerdem hast du da noch irgendwie technisch noch irgendwas da gemacht? Ich bin faul auf der Couch gelegen und habe gehört. Ich habe tatsächlich viel gehört. Also es waren hier vor den finalen Lautsprechern drei Prototypen gestanden mit unterschiedlichen Treiberpositionen, auch unterschiedlichen Hochtönerpositionen als reines, sage ich mal, nicht so schickes Holzmodell. Und daran hat man im Prinzip dann die Optimierung gemacht oder die Weiche konfiguriert. Und ich habe dann im Prinzip durch die Trinov-Presets mich immer wieder durchgeschaltet und verschiedene Konfigurationen dann testgehört und dürfte quasi meinen Senf als in Anführungszeichen auch Endverbraucher dazugeben, wie ich es mir wünschen würde. Und haben die dann auch reagiert? Also hast du auch wirklich das Gefühl, dass du dann irgendwie so einen Tipp gegeben hast und die haben gesagt, okay, das setzen wir um? Also man muss schon sagen, dass wir jetzt beim Probehören, also der Peter Werner, der eben von Mehrungen ja dann öfter hier war und ich, dann schon relativ gleich das Ganze beurteilt haben. Und wenn hat natürlich eher das letzte Wort, aber ich kann damit super leben, wie es jetzt ist. Sagen wir es mal so. Ja, das merkt man dir auch an. Genau. Welche Endstufe hast du dahinter? Das sind Endstufen von Akkusense, der Pow-Amp, also den gibt es auch in der Vierkanal-Version, stelle ich demnächst mal bei mir in einem Video ausführlich vor. Ich habe mir gedacht, neues Lautsprechersystem, dann auch neue, sehr hochwertige Amps und die sind auch sehr, sehr akkurat, neutral, feinst auflösend, also passen hervorragend zu dem System. Kannte ich vorher auch nicht. Solltest du es immer anhören? Ja, habe ich ja heute. Ja, in deinem System, an den TADs, funktioniert auch super. Wieso nicht? Definitiv, ja. Wieso nicht? Wo du gerade dein Video angesprochen hast, wir wollen vielleicht jetzt nicht mehr viel mehr auf technische Details der Lautsprecher eingehen, weil du ja noch dieses Video vorhast über die Lautsprecher, wo du noch tiefer darauf eingehen wirst, Frequenzgänge. Genau, da gibt es dann auch Auswertungsdiagramme, ein paar technische Daten im Detail, kommt alles demnächst. Okay, dann lass uns doch direkt zum Klang übergehen. Genau. Ja, also ich muss sagen, dass es mich total weggeflasht hat. Es ist ein präzises, exaktes System, würde ich sagen. Und das merkt man auch, dass du da als Perfektionist, würde ich mal sagen, rangegangen bist und das Ganze in die Spitze getrieben hast. Nur mal als Beispiel, vielleicht bildlich für euch zum Vorstellen. Wir haben ein paar Songs gehört. Du hast mir einen Song gezeigt. Tricycle. 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 mehr geht, ohne dass er sich richtig anstrengen muss. Der darf sich nicht quälen. Der muss es immer noch locker aus der Hüfte schütteln, während es dich wegbläst. Und das ist so meine Idealvorstellung vom Lautsprecher. Mir hat mal ein Kunde, der hier aus Baden-Württemberg, der hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Lautsprecher, die mich begeistern, vor denen muss ich Angst haben. Und ich fand, das hat der so von Herzen gesagt und das hat er dann auch gespürt und dann ist die Mission erfüllt. Kann ich aber genauso bestätigen. Habe ich auch so empfunden. Und ich muss auch sagen, nicht nur das System muss es bewerkstelligen können, wie du sagst, aber auch der Raum. Und das merkt man bei dir hier auch. Also der Raum hat das vollständig im Griff. Hier dröhnt absolut nichts, hier scheppert nichts. Also nicht im negativen Sinne zumindest. Absolut unter Kontrolle alles. Ja gut, ich habe natürlich in bestimmte raumakustische Maßnahmen investiert, bin da auf viele Wege gegangen, die nicht funktioniert haben. Deswegen kann ich jetzt den ein oder anderen vor vielen Fehlern vielleicht bewahren. Aber das Geheimnis ist für mich als Quintessenz eigentlich, man muss eine gesunde Mischung zwischen Absorption und Diffusion haben. Und wenn Leute zu stark absorbieren, dämpfen, dann nimmt das wieder was weg. Zu sehr. Auch wenn jetzt mein Raum schon eher gedämpft ist, weil eben auch für Heimkino-tauglich er sein soll, ein reiner Stereo-Raum würde vielleicht sogar noch mehr Richtung Diffusion gehen. Okay. Das ist ein guter Tipp. Ja, was aber auch noch beeindruckend war, das ist die Auro 3D nicht Funktion, Einstellung, die du da hattest. Du hast ja dein Trin-Off-System, da hast du die App, die du über Trin-Off bedienst. Naja, du nutzt eigentlich die Rune-App, aber hast halt Trin-Off-Hinter und kannst da die Lautstärke regeln und verschiedene Modi. Kannst du mir dazu noch ein bisschen was sagen, wie das funktioniert? Genau, also letztendlich ist das System, das Gesamt-Lautsprechersystem auch jetzt von Merowinger, das soll ja immer aus einem Guss sein. Allerdings sind die Center-Surround-Lautsprecher in einem geschlossenen Gehäuse, verwenden aber auch einen AMT und auch den gleichen Breitbänder von Tangband, sodass man da schon eine gewisse Harmonie hat. Das finde ich extrem wichtig, gerade wenn man dann im Heimkino-Setup auch Musik eben abmixt, wie er Auro 3D oder Konzertvideos anschaut oder wie auch immer. Und letztendlich hat er Trin-Off den Algorithmus von Auro 3D integriert. Das heißt, man kann sagen, ich habe eine Stereo-Quelle anliegen, aber mein gespeichertes Setup umfasst jetzt zum Beispiel diese sieben Lautsprecher auf der unteren Ebene und nochmal vier oben drüber und die Subwoofer und so weiter. Und dann nutzt man praktisch die vorhandenen Lautsprecher, um gemäß dem Auro 3D-Algorithmus das Signal hochzurechnen. Was die da genau machen, ist das Geheimnis von Auro, aber es hört sich geil an. Und insbesondere Live-Aufnahmen, wenn man die mal erlebt hat, finde ich, da tut man dann sich schwer, wieder zurückzuschalten in reine Zweikanal-Anwendungen. War bei mir genauso. Du hast es angemacht. Ich sage, das ist ja mal richtig krass. War ja vorher schon gut. Und meine Aussage war, ich könnte mich daran gewöhnen. Ja, aber es ist immer noch ein Feld, wo viele entweder sich davor scheuen oder es einfach noch nie richtig gehört haben. Weil man muss auch dazu sagen, wenn ich jetzt keine Trin-Off habe, die wirklich jeden Lautsprecher zeitrichtig auf mein Ohr einstellt, dann ist das Auro 3D-Erlebnis nicht so gut. Muss man auch wieder ganz klar sagen. Das zählt schon dazu bei, dieses Alignment. Aber ich kann nur jeden dazu einladen, der hier sich das Ganze mal anhören möchte. Hört auch mal Auro 3D an. Lohnt sich. Ich denke, die Dosis macht es. Du hättest es vermutlich auch noch intensiver einstellen können. Richtig, ja. Ich habe da eine Spielwiese von 1 bis 16 an Stärke sozusagen von dem Effekt. Und ich habe ungefähr, wir haben gehört, bei 10. Bei 10, okay. Somit ist da noch Spielraum. Aber das fand ich genau gut. Also zu viel, dann wirkt es auch nicht mehr authentisch. Und dann fangen vielleicht die Leute, oder machen sie vielleicht auch jetzt schon, dass man sagt, wir sind irgendwo anders noch Speaker verbaut. Ja, ich finde, man darf die Lautsprecher nicht wahrnehmen. Es muss einen zart umhüllen. Es muss so dieses 3D-Erlebnis sein, das man ja oft sucht. Aber man darf nicht hören, ach, da kommt aus dem Lautsprecher was. Und ach, da kommt aus dem Lautsprecher was. Das muss einfach da sein. Wie beim Subwoofer auch. Da habe ich auch das Gefühl. Sollte man nicht unbedingt merken, wo der kommt. Hast du ihn gehört? Weißt du, wo sie stehen? Nö, ich habe ihn nicht gehört. Aber wenn du ihn ausschaltest, dann vermisse ich ihn wahrscheinlich. Ja, genau. Man kann ihn nicht orten und die Anbindung funktioniert nahtlos, ja. Was ich auch sagen muss, ist, dass die Bühnendarstellung wirklich exzellent ist. Und da habe ich einen meiner Songs, die ich eigentlich immer nutze zum Testen. Das ist von Yusuf Latif, vielleicht auch als Empfehlung für euch. Yusuf Latif, Like It Is. So heißt der Song. Ist ein Jazz-Song. Und da passiert auch ziemlich viel von, ja, eben Percussions und eine Flöte, ein Saxophon. Und das ist ziemlich gut verteilt. Und da ist auch eine Rassel am Anfang, die zwischendurch spielt. Und die nimmt man dann sehr weit hinten in der Mitte wahr. Und das zeigt immer für mich, dass das eben eine sehr, sehr gute räumliche Darstellung ist. Und zudem ist es dann auch sehr greifbar. Manchmal hat man das ja so, dass schon eine Bühnendarstellung da ist, auch in der Breite, was auch schon ziemlich gut ist. Aber trotzdem hast du die Instrumente nicht so greifbar. Und wenn dann, wenn du Höhenunterschiede wahrnimmst, dann hast du schon das Gefühl, dass du die Instrumente greifen kannst. Also das ist genau passiert. Zudem klang es insgesamt auch sehr groß. Das ist sicherlich ein Punkt. Ich sage immer, man braucht, um groß zu klingen oder realistisch groß zu klingen, auch eine gewisse Lautsprechergröße. Das ist so meine Erfahrung. Also wenn ich Lautsprecher höre, die so kleine Standböchslein sind, die dann eher so schräg von unten auf mein Ohr strahlen, dann habe ich oft so das Gefühl, ja, das spielt schön, aber es spielt halt ein Puppentheater und nicht die echten Menschen auf der Bühne. Und das ist das, was du beschreibst, dass es wirklich greifbar ist, dass du die Mikro in der Hand hast, das genauso groß ist wie ein Mikro, wie du es dir halt vorstellst und Instrumente auch die richtige Dimension haben. Und wenn das rüberkommt, dann finde ich, macht ein Lautsprechersystem relativ viel richtig. Aber es ist eben dann auch ein gewisser Platz, den der Lautsprecher dann einnimmt, wobei man hier den Vorteil hat, dass er nur 15 Zentimeter tief ist und dass er sich sehr schlank in den Wohnraum integriert und kein so ein Kasten, der nach hinten 70 Zentimeter hat, ist. Und bei den Subwoofern kann man ohnehin dann sehr versteckt und dezent arbeiten. Richtig. Das geht voll. Also wir haben die Höhe letztendlich. Aber sonst, von der Breite her, gibt es einige Lautsprecher, die so breit sind. Und von der Tiefe, tief ist ja nichts. Genau. Ja, sehr schön. Markus, viel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Was hältst du davon, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen mehr Musik hören? Das machen wir. Alles klar. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist nochmal der Link zur Website von Audiofreak Markus Wiel zu den Lautsprechern. Lest euch das mal gerne durch. Ist wirklich sehr, sehr interessant. Und dann sehen wir uns bald beim nächsten Video. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018